Jetzt fängt sie an, die wichtigste Woche des Jahres, die heilige Woche. Jesus geht seinen Weg. Er fängt an am Gründonnerstag, feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl, wäscht ihnen die Füße, betet in der Nacht zu seinem Vater, er möge den Kelch an ihm vorübergehen lassen, aber stellt sich dann dem Kreuz, stirbt für meine, für deine, für unsere Sünden, wird ins Grab gelegt, um dann am dritten Tag aufzuerstehen von den Toten und um dir und mir ewiges Leben zu schenken. Möchtest du den Weg hier so mitgehen? Dann feier doch die Gottesdienste mit, entweder live hier auf dem Rosenberg vor Ort oder auf unserem Stream. Sei willkommen. Ich freue mich, mit dir zusammen zu feiern, Jesus zu feiern. Viel Segen.